Grüße in die Lausitz. Wir hoffen, es geht euch den Umständen entsprechend gut. Wir melden uns heute zurück und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Es steht ja jetzt für viele ein sehr besonderer Tag vor der Tür und da wollen wir natürlich auch eine Kleinigkeit an euch verlosen. In knapp anderthalb Wochen ist wieder Valentinstag und wir wollen vorab ein bisschen Liebe und Love spreaden und deswegen haben wir natürlich unseren treuen Valentinstagspartner wieder mit an Bord, die Confessori Felicitas aus dem Schokoladenland in Hornow und ja, wir haben wieder ein paar coole Überraschungen, die ihr schon vorab diesmal gewinnen könnt, damit ihr sie an Valentinstag auch verschenken oder teilen könnt. Das ist eine richtig tolle Sache und zwar verlosen wir drei Samtherzen. Die sind gefüllt mit den feinsten belgischen Pralinen, natürlich hergestellt in der Lausitz. Ja, das könnt ihr gewinnen. Drei Pakete werden dann verschickt, kommen direkt zu euch nach Hause. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unter dem Video zu kommentieren, wem ihr die Kleinigkeit schenken würdet wollen oder mit wem ihr das Ganze vernaschen würdet und dann losen wir auch schon aus. So ist es, das Ganze bitte bis Sonntag 18 Uhr tun und dann losen wir aus und ja, mit ein bisschen Glück habt ihr dann noch vor Valentinstag eure Präsente und ja, wir hoffen, dass wir euch einfach mit diesem Ganzen eine kleine Freude in diesen schwierigen Zeiten bereiten können. Viel Glück, passt gut auf euch auch. Wir sehen uns dann spätestens Montag zur Auslosung und bis dahin auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende vorab. Und lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Ist so. Tschüssi. Macht's gut, ciao. summarize. t